Lasst uns mit den Basics starten. Wie melde ich mich an einem WingFit Cord an? Es ist super einfach. Ladet euch die kostenlose App im Google Play Store oder im App Store herunter und erstellt euch euren User-Account. Damit die WingFit Box weiß, wer auf dem Cord spielen möchte, meldet euch mit eurem individuellen QR-Code an. Klickt in der WingFit App auf Jetzt starten und scannt die angezeigten QR-Codes mit den Kameras der WingFit Box. Jeder Spieler auf einer Seite. Sollten die Kameras eure Codes nicht lesen können, meldet euch per PIN-Code an. Hierzu klickt ihr über dem QR-Code auf PIN-Code anzeigen und gebt die fünfstellige Zahl an der Box ein. Check-in erfolgreich. Jetzt schnell Smartphones zur Seite legen und let's go!